ich habe wieder der gleiche killer ich sterbe voller der mr miratu oder wird der christ wir streben ja auch schon seit gut eine stunde und 59 minuten also knapp zwei stunden wir sind zu hause ich werde ich gehe mein altes zimmer der hat ein geist die haken das ist die perle oder ich sehe metaller in der haken die habe ich noch nie gesehen nicht map abhängig die haken ne ne die sind killer abhängig du sie eigentlich siehst du das unten an der platte ich mach schon mal ein generator ex die hat es schon erwischt aber da ich diese art von haken noch nie gesehen habe gehe ich davon aus dass es ein nurse ist ich habe keine nörse doch die nörse zuerst die schreie ja das ist doch nicht der geist die nörse schreien wenn sie teleportieren anfängt ich habe sie abgehängt jetzt glaubst du doch im leben nicht er ist der geist dann ist die nörse nicht der geist nicht der geist sondern die nörse genau ja ok außerdem wir streiten außerdem der geist schreit wie eine frau ja das ist die fliege eher als wie ein scharnier was klemmt ja aber ich kann richtig schreien wenn sie sich teleportiert so erster generator ist fertig ist bei mir irgendwo ganz nahe ok shit dass er noch nie gesehen habe nicht gesehen ich glaube es nicht mitten vorbei gelaufen haltet mal schon mal ausschauen nach der luke dann braucht man nicht alle aktivieren im haus gibt es den ganzen super generator zu machen er ziemlich safe ist er wenn er wenn der luke geht nur auf wenn du der letzte lebende bist er ist nicht für alle vor den letzten gut das ist die notfall herz schlag ja die war auch gerade bei mir grüß mal die keller von mir ich habe sie nicht mal gesehen komm zu mir die kellerin sie ist im haus die ist hinter mir her glaube ich die ist hinter mir her die geist ja aber mich hört sie ja ich schreie ah jetzt sehe ich sie auch aber ich sie wieder weg ja ja sie rennt hier draußen rum vielleicht wird er halt nicht mal geist weil sie so aussieht wie ein geist ist er bei mir in der nähe du bist grad bei mir die hat die geistfahrten perk dass die im mädchen ich habe xd gerade hier sehen und ja wenn xd kurz wartet kann ich sie kurz heilen schnell ich mach nur noch schnell den generator hier ne warte mal ich mach den gleich ich geh jetzt sofort zu xd weil der generator gibt ein signal xd wo bist denn du schon wieder doch beim schrank genau vor mir ach so sieht schon sehr schräg aus die nurse ja guckt jetzt gerade da hinten alles schränke durch tut mir leid ja soll sie machen take my ribs is ok ja das problem ist ich kann mich nicht bewegen ich sitze hier immer noch hinterm baum die rennt hier dauernd an mir vorbei danke jetzt mach ich schnell den generator und dann haben wir es durch ist doch super es kommt wieder ins haus soll sie machen im haus kann man es direkt abhängen generator ist fertig ach guck mal dass tana grüß gott ach ne ist nicht tana ja komm mich grüßen hallo 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 grüß gott ja äh renne hier ist er ja soll sie kommen da rennt der hier immer im kreis oder was ja der hat keine karte jetzt kommt der wieder raus ja wie ich sagte mal bitte wenn halt der rennt die ganze zeit die gleiche strecke rauf und runter ja ja ich hab schon gestern jetzt auch er hat sich verlaufen wie ich vorher vorsicht ja konzentrieren der rennt ja hier draußen ist ein generator da ist er mal in den rand im haus ist auch ein generator den kannst du ziemlich safe abchecken wenn er kommen sollte oder sie er kommt schon wieder zurück ich komm hier nicht weg ich sitze hier echt scheiße im gebüsch hast du dich erwischt voll ausgetrickst die sau ah da ist sie ok die geistfrau kann über äh über paletten und äh wenn sie durch drüber klippern drüber schweben drüber schweben trotzdem habe ich da abgehängt die kuh aber das dauert ewig bei der die schaut am boden dabei auch noch ja die verfolgt dich jetzt echt nicht mich die rennt der spur von herrn kugel hinterher ach so dann habe ich halt Glück ne irgendwie höre ich sie dort ja super dass mein herr kugel entgegenläuft dem ne die ist ganz weit weg die läuft das hier vorbei die blöde kugel jetzt ist sie gar nicht mehr bei mir ich habe sie abgehängt ja die folgt jetzt meiner spur die ich schon einen tag gelaufen bin jetzt laufe ich die spur einfach mal weiter ja das ist so super das spiel läuft da doch halt safe rein nehm so mein talent das spiel macht immer mehr spaß wir sollten öfter solche runden fahren das ist super oh grüß gott ich habe den gesehen hallo hat du schon dieser ne der geld lieber spitz talk spitz talk spitz talk ah der kommt zu uns glaube ich ne der kommt gerade zu mir renne 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 ach ihr seid auch hier ja ach verdammt ich dachte ich wäre alleine da ok ich habe sie abgeschüttelt ist mir eigentlich egal ich habe immer noch herzschlag ich habe immer noch herzschlag ich habe immer noch herzschlag blöd zum haus oder was ja ja danke aber ich sehe wenn sie kommt ich habe jetzt nur zwei eingänge gut frage gut frage gut frage gut frage gut frage schau dir ja direkt zu mir oder f*** ich habe scheinbar dass du beide ausgingen das ist ganz einfach elter wir knacken den ding hier komplett such den ausgang jetzt noch ich mach den ausgang fertig ja ja ich komm zu ex die tana bitte auch sie ist sie ist beim anderen ausgang ich mach mal sie rennt ihr nämlich noch rum hinter ex die ja ich bin ja ja mach den anderen ich möchte direkt bei dem die ist zu mir ist bei mir und ich bin so weit weg die noch drei jahre bis sie da ist kann ich auch noch helfen ich habe sie schon runter du bist auf der anderen seite offenbar kommt denn ich komme schon ich komme schon du bist nicht weit weg von mir gläubig beim haus oder ich bin da guten tag exe bist du zum ausgang ich mach gerade den anderen auch die sieht ja richtig geil aus und vor allem ist es schlank ist doch sowas so die ist schon wieder zu die ist auf dem berg auf dem hügel ich sehe es ich sehe sie die ist hinter der mauer jetzt kommt sie wieder wieder hinter der mauer jetzt ist wieder nahe bei mir dran jetzt kommt sie in irgendeine richtung von irgendjemand von euch ja die kreist hier rum die will sich nicht mehr loslassen die mag mich schon draußen exe bin ja auch der nerd ich habe den anderen ausgang jetzt umgedreht ne die ist am berg oben ja ja aber ist doch ich bin zu weit weg muss doch näher anschleichen dann kann ich vielleicht warte ich gucke nur mal eben hier ist der ausgang okay schützt 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 ich sehe sie neben mir ist hinter dir kontraproduktiven wo war denn bitte der zweite ausgang ja da ist er alles klar ich opfer mich für euch die kämpft ich komme nicht dran das ist so eine offene fläche die ist wieder hinter der mauer warte ist das weg locken ja ich weiß nicht ob das so auszeitlich ausgeweist recht hoch die ist schon wieder da ne das kriegen wir glaube ich nicht hin leute im ernst haut ab haut einfach ab wie er sich opfert für uns ist schon okay haut ab noch jemand auf den ausgang mal seit einem anderen lang ich sie hier an mich binde ex du bist hier ne und ich bin beim ausgang du bist beim anderen ja gut dann geh raus oder ich würde jetzt trauen weil dann kommt ich würde sie jetzt trauen ich würde sie mit farbe bewerfen die kann sich während du die türe öffnest kann sie sich schon hinter beiden teleportieren was war das homophobie den erfolg gekriegt die gehört was kann die sich kann während die türe öffnet sich hinten ein teleportieren okay übers eck das heißt du machst auf und sie steht da das war heute richtig übel